Mehr Diktatur wagen? Nein, wir wollen mehr Demokratie wagen, ein Kommentar von Sebastian Flack. Die Angst scheint mir bei einigen sehr tief zu sitzen, fast schon pathologisch und der Wunsch nach einem starken Führer groß zu sein. So konnte ich zuletzt in der Süddeutschen Zeitung den Wunsch nach mehr Diktatur wagen vernehmen. Armer Willy Brandt, denke ich mir. Ja, aber Sie haben richtig gehört. Zitat, mehr Diktatur wagen. Einem Ausnahmezustand muss man mit Ausnahmeregeln beikommen. Zitat Ende. So der Titel des Beitrags. Der Gastautor der SZ beschreibt ja schon fast sehnsüchtig und lustvoll eben genau diesen Wunsch vor dem Hintergrund der andauernden Corona-Situation. Die Demokratie wird dabei kurzerhand als kränklich, impotent, umständlich und unfähig beschrieben. Ebenso wird, um die Diktaturfantasien noch argumentativ zu untermauern und zu legitimieren, China in Sachen Wachstumsraten, Wohlstand und technologischen Spitzenleistungen gelobt. Von China lernen heißt siegenlernen. Weiterhin werden Trump und der Brexit als Versagen der Demokratie abgetan und das aktuelle Handeln in Corona-Zeiten als unmächtig abgeurteilt. Der Autor versucht den ganz großen argumentativen Bogen zu spannen. Er redet die Demokratie und den Föderalismus dabei madig, gar ungeeignet für eine Pandemiebekämpfung und dem Ausnahmezustand muss man dann halt eben auch mit Ausnahmeregeln beikommen. Als letzten moralischen Knockout-Punch für die Leserinnen und Leser dürfen natürlich die Verstorbenen nicht fehlen und es wird so getan, als nehme die Politik die Lage nicht ernst und höre sowieso nicht auf die Wissenschaft. Emotional eingenordet präsentiert ihn der Autor auch prompt die Lösung, Zitat, mehr Diktatur wagen, das wäre das Gebot der Stunde, Zitat Ende. Ruhig bleiben, Willi, ganz ruhig. Kaum geschrieben und maximal polarisiert, rudert er in bester AfD-Manier auch schon wieder zurück, Zitat. Ist das Virus gebannt, kehren wir gerne zur geliebten Normalität zurück, Zitat Ende. Sein Vorschlag also, im Ausnahmezustand eine Diktatur auf Zeit und im Regelzustand die Demokratie mit allen Freiheiten und Grundrechten. Wie gnädig, denke ich mir. Kurze Pause und ein kleines Gedankenexperiment. Spielen Sie das mal für sich durch. Wann ist denn dann Ausnahmezustand? Bei welchen Herausforderungen switchen wir denn dann immer in den Diktaturmodus und ab wann wieder zurück? Ebenso bringt der Autor die Corona-Leugner mit ins Spiel und verstrickt sich dabei in logische Widersprüche. Zitat, dass ausgerechnet die Corona-Leugner eine Corona-Diktatur heraufziehen sehen, sollte erst recht Grund sein, sie zu wollen. Die Leugner sind außerstande, die Gefahr durch das Virus einzuschätzen, aber sie ahnen, wie ihr beizukommen ist. Zitat Ende. Merkel, der sogenannte Corona-Leugner, Klammer auf, nennen wir ihn A.H.Klammer zu, ist also doof, ahnt aber instinktiv, wie man handeln muss und ist gleichzeitig die Rechtfertigung, die Diktatur zu wollen. Uff, Willi zuckt auch schon ganz schön verstört mit dem rechten Auge. Der Autor gibt mit dem Artikel genau den Menschen Futter, die sich von der Demokratie schon längst abgewandt haben, die nicht mehr mit Argumenten zu erreichen sind und die dann sagen können, seht ihr, hier steht's geschrieben. Aber das nur am Rande. Mit diesen wertvollen Erkenntnissen des Autors möge nun eine Art Lernprozess stattfinden. Zitat, Corona elektrisiert alle. Das Virus hat einen Lernprozess ausgelöst und eine Bereitschaft, neu über vermeintliche Gewissenheiten nachzudenken. Zitat Ende. Ja, das Thema beschäftigt viele Menschen auf unterschiedlichste Weise und ist eine Herausforderung für die ganze Gesellschaft. Der Lernprozess besteht aber definitiv nicht darin, die Demokratie auf dem Altar der Angst und Unlogik für die Diktatur zu opfern. Dies ist die Illusion einer Diktatur auf Zeit, einer Art guten Diktatur. Der logische Widerspruch springt mir förmlich ins Gesicht. Demokratien können das, Demokratien schaffen das, auch wenn es manchmal mühselig ist, auch wenn es viele Dinge im Föderalismus zu kritisieren gibt. Diese Strukturen dienen der Kompromissfindung und Interessensabwägung sowie einem gewissen Maß an Eigenständigkeit der Bundesländer. Ja, Trump wurde gewählt und auch wieder abgewählt. Ja, der Brexit war knapp, aber demokratisch entschieden. Demokratie ist nämlich auch, wenn sich zum Beispiel viele junge Menschen dazu entscheiden, nicht zu wählen, statt für den Verbleib in der EU zu stimmen. Ach, und wenn wir schon bei Großbritannien sind, möchte ich das Land gerne noch in seiner dunkelsten Stunde im Kampf gegen Hitler als Gegenbeispiel anführen. Hier tobte kein Virus, sondern ein Mann, der nicht mit sich verhandeln ließ, noch zu überzeugen oder gar einzuschüchtern war. Das Land stand als Demokratie vor der größten Herausforderung seiner Geschichte und hat diese Krise gemeistert, ohne die Demokratie über Bord zu werfen. Zitat Und um es ganz klar zu sagen, der Autor des Artikels soll diese Meinung bzw. Ansicht äußern dürfen. Er soll nicht zensiert werden, er soll keine Repressalien fürchten oder unter Druck geraten. Denn genau das machen Diktaturen oder Systeme mit diktatorischen Zügen. Ebenso neigen Systeme dazu, einmal Macht bzw. noch mehr Macht zu haben, diese nicht mehr abzugeben. So geschehen nach 9-11 in Sachen Überwachungsstaat und aktuell in China bezogen auf ein Social Credit System. Wer sich dabei systemkonform verhält, bekommt Punkte und kann seinen Score erhöhen. Bei Nicht-Einhaltung, naja, sie wissen, was dann in Diktaturen passiert. Der Irrglaube, jetzt ein bisschen Diktatur einzuführen, um welcher gesellschaftlichen Herausforderung auch immer Herr werden zu können, ist konsequent und permanent abzulehnen. Stattdessen sind mehr Demokratie, mehr Erklären, mehr Solidarität, mehr Zuversicht, mehr Perspektive, mehr positiver Spirit, mehr Debatte, bessere technische Lösungen, umfangreichere Studien, mehr Investitionen in Forschung, ein besserer Schutz der Risikogruppe, mehr Einbezug von Wissenschaftlern aus unterschiedlichsten Disziplinen und vor allem weniger gesellschaftliche Spaltung notwendig. Und das am besten mit so vielen Ländern wie möglich. Aber ein solcher konstruktiver, individueller, differenzierter und verhältnismäßiger Ansatz ist halt in der Diktatur nicht gern gesehen. Vielleicht doch nochmal zurück an die Uni und das Soziologiestudium abschließen. Alternativ spendiere ich aber auch gerne ein einfaches Flugticket nach Nordkorea. Denn da gibt es ja vermeintlich kein Corona, aber dafür einen Hauch von Diktatur. Kleiner Spaß, sie dürfen natürlich bleiben und das tun, was immer sie möchten. Denn wir wollen mehr Demokratie wagen und sie und alle anderen Menschen sind herzlich dazu eingeladen. Humanistische und demokratische Grüße an den Gastautor der SZ. Wir wollen mehr Demokratie wagen.